Elektrolyse einer Kupferchloridlösung In einem U-Rohr befindet sich Kupferchloridlösung. In dieses U-Rohr werden zwei Kohleelektronen gesteckt, die dann mit dem Netzgerät über ein Kabel verbunden werden. An der Kathode sieht man deutlich eine leichte Bläschenbildung. Nach einiger Zeit scheidet sich an der Kathode ein leichter Kupferfilm ab. Dieses Verfahren wird auch industriell verwendet, nur dass in dem Fall anstelle der Kohleelektronen Kupferelektronen verwendet werden, da die Aufreinigung von reinen Kupfer so natürlich weitaus leichter ist.